Das The Black Hotel liegt in Rom in Lazium. 50% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben 53 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,9 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Die gute Küche dieses Hotels wird von den Gästen mit 4 von 6 Sonnen bewertet. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben, hierfür 3,7 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Lage des Hotels ist nicht optimal. 3 von 6 Sonnen erhält das Hotel für dessen Standort. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.